Jawohl, einen schönen guten Abend und willkommen zurück bei unserer Salsa-Kombination. Wir sind jetzt in der Kombi Nummer 2, in der Kombi Heiser-Engel. Das war die mit Kukaratscha und Engelchen am Ende auch. Hier beginnen wir mit Grundschritt und Damen-Solo. Wir haben den Grundschritt und das Damen-Solo. Und am Ende des Damen-Solos lassen wir die Dame hier über ein Crossbody-Lead an die linke Seite. Jetzt stehen wir nach außen im Kreis. Dahinter ist die Kreismitte. Und von hier aus hole ich die Dame an meine rechte Seite. Wichtig ist, dass ich als Herz immer noch Front nach außen stehe, meine Dame jetzt auch. Wir tanzen. Kukaratscha auf beide Seiten. Das machen wir zweimal mit Orgokak, genau wie immer. Und jetzt drehe ich hier bei der vierten Kukaratscha meine Dame rum. Tanzengelchen, zwei, drei. Und aus dem vierten Kommen einfach mitdrehen und dann sind wir wieder im Grundschritt. Das zeigen wir nochmal schön im Schnelldurchlauf. Wir haben den Grundschritt nach dem Grundschritt. Das Damen-Solo. Jetzt geht es in einen Crossbody-Lead. Die Dame einmal trinkt. An die linke führen. Von hier aus zurück. An die rechte. Kukaratscha. Genau. Damit einmal drehen. Und in den Engelchen tanzen wir dann auch auf beide Seiten. Und eine Anzahl mitdrehen. Und weiter geht es im Programm dann wieder mit Grundschritt und Darmhandsolo. Das war unsere Kombi Heiser-Engel. Vielen Dank bis hierher. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Danke.